Am 30. Mai 1849, heute vor 175 Jahren, wird in Preußen das Drei-Klassen-Wahlrecht eingeführt. Drei-Klassen-Wahlrecht, das sich an der Höhe der eingezahlten Steuern orientiert hat. Vielleicht nicht unbedingt ein Meilenstein der Demokratiegeschichte, weil es klingt ein bisschen verrückt von heute aus. Die Stimmen hatten je nach Steuerklasse unterschiedliches Gewicht beim preußischen Drei-Klassen-Wahlrecht. Das ist ein MDR-Kultur-Stichtag von Reinhard Bartusch. Ich fühle mich ganz und gar von Gottes Gnaden und werde mich so mit seiner Hilfe bis zum Ende fühlen. Die revolutionäre Unruhe aus dem März 1848 brodelt noch. König Friedrich Wilhelm IV. und sein Militärapparat haben den Sturz der Monarchie abwenden können. Der Preis? Eine preußische Verfassung. Die Macht soll der König teilen müssen mit einem Zweikammerparlament, wobei das Volk die Zweite Kammer wählen soll. Das Volk? Nun, Männer ab dem vollendeten 24. Lebensjahr. Keine Frauen, keine Fürsorgeempfänger. Preußens König und sein Innenminister Otto von Mannteufel erdenken dazu ein Wahlrecht. Dass dem Pöbel praktisch keine Chance gibt. Dass jene bevorzugt, die wesentlich zum Gedeihen des Staates beitragen. Das neue Wahlrecht wird an die Steuerleistung des Einzelnen gebunden sein. Die Verordnung vom 30. Mai 1849 widerspricht dem Verfassungsentwurf der aus der Revolution hervorgegangenen preußischen Nationalversammlung und ist Teil der sogenannten Gegenrevolution des Staatsstreiches von oben. Die Urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern in drei Abteilungen geteilt. Und zwar in der Art, dass auf jede Abteilung ein Drittteil der Gesamtsumme der Steuerbeiträge aller Urwähler fällt. Es konnte vorkommen, dass in der ersten Klasse nur ein einziger Höchststeuerzahler vorhanden war, der dann quasi für sich alleine einen einzigen Abgeordneten wählte. Analysiert der Historiker Michael Kutula. Anders gesagt, je Wahlbezirk haben durchschnittlich die reichsten 5% der Wähler in der ersten Klasse das gleiche Stimmgewicht wie 83% in der dritten Klasse. Zum Zeitpunkt der Einführung war das Drei-Klassen-Bahnrecht sicherlich nicht so unmodern, wie es heute landläufig gesehen wird. Immerhin wird überhaupt gewählt. Selbst das liberale Bürgertum, ruhebedürftig und revolutionsmüde, arrangiert sich mit diesem System. Es stellt sicher, dass die königstreuen Konservativen in der Zweiten Kammer des preußischen Parlaments an der Macht bleiben. In dieser Zeit der sogenannten Restauration. Preußen wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Großmacht in Europa. Ihr führender Kopf Otto von Bismarck hat für das preußische Wahlrecht oberflächlich nur Hohn und Spott übrig. Wer die Wirkung des preußischen Drei-Klassen-Wahlrechts aus der Nähe beobachtet hat, muss sagen, ein widersinnigeres, elendigeres Wahlgesetz ist nicht in irgendeinem Staat ausgedacht worden. Mit seiner Kritik hat Bismarck dabei die Entstehung des Deutschen Reiches im Sinn und rechnet mit der Angst der Bayern, der Sachsen, der Württemberger und anderer vor preußischer Übermacht. Diese Angst versuchte Bismarck, den Beteiligten zu nehmen, indem er ganz bewusst signalisierte, in Deutschland muss ja nicht unbedingt das gelten, was in Preußen gilt. Und Preußen ist nicht Deutschland, sondern nur ein Teil Deutschlands. Für das Deutsche Reich setzt sich ein allgemeines Wahlrecht durch, unabhängig von Stand und Besitz für Männer ab 25. König und Kaiser waren weiterhin von Gottes Gnaden. Preußen allerdings hielt an seinem ungleichen Dreiklassen-Wahlrecht fest bis 1918. Eingeführt wurde es per Verordnung, heute vor 175 Jahren. Eingeführt wurde es per Verordnung, heute vor 17 Jahren.